guck mal also sind alles wahrscheinlich eine fähigkeit wahrscheinlich in fähigkeit so was das rache pool plus durch verletzungen wurf distanz ist verringert aber dafür die angriffe mache zustand des herrache plus da ich lege es mal an was ich du eroberst und verbessert kontrollzonen schneller sein muss ich schaue mal dass ich schaue mir das mal kurz an das ist gut aktuell zu den status ab den 6 stunden das heißt diese tanke menge ist duell aber die sammerei die sind so schlecht die sind echt so schlecht die sammerei ich finde das traurig also ich wollte mir das kann ich mir dann das kann ich mir im charakter screen auch noch angucken ist eh schon ein level 6 der typ also die damen passiv du oberst und verbesserst kontrollzonen schneller oder halt gesunde und ausdauer für heldenkills ja das kommt jetzt eh nicht so oft vor eigentlich ich nehme das ok ich glaube das ok ansonsten bin ich eh bereit ok da kann ich eh nichts machen ausrüstung er hat sich mein durch den ich hier drin haben ok ich muss die gleiche maske ich habe doch eine bessere also eine andere sagen wir so egal so was haben wir hier drei also die die ich finde die ritter hat geil ich finde ich kann den nicht verwehren die ritter zu nehmen weil es sind einfach geil ich finde ich finde ich selber auch ziemlich geil ganz ehrlich haben die rum elf oder was ich finde ich schon ganz ich finde ich schon ganz geil ja die haben die ritter haben einfach was ja das hat was altmodisches irgendwie ich weiß auch nicht mein charakter ist auch cool aber ich weiß nicht ob der so ins mittelalter passt man die ritter sind relativ stark muss zu geben ich weiß nicht mir gefallen die frauen in diesem in dem game hat bisschen besser ich gehe zu a ist das so geil hier oben stehen zwei Leute die ritter sind es wird Alter, Zone A, alles. Was ist denn los mit euch, Jungs? Ja, toll. Der ist jetzt Revenge-Mode, ne? Oh Gott. Na komm, so. Na komm. Hey, du bleibst hier. Und er ist schon down. Ich hol mir mal schnell C, das gibt's ja gar nicht, dass das so schlecht ist. Wollen grad zwei von unseren Leuten getötet? Zone C eingenommen. Sagt runter da. Und schauen wir mal zu A. So, der ist down. Mach du das mal, ich hol den Punkt. Komm mit, da mal was weitergeht. Hätest du gerne, ne? Oh, scheiße. Oh, ist das nicht gut gewesen? Oh, das war nicht gut. Das war ein schlechter, schlechter Kampf. Ich mische mich zu, zu sehr in, in Kämpfen mit, bei, bei, von zwei, von zwei anderen ein. Ich sollte lieber versuchen. So, C sieht ganz schlecht aus. Sieht so aus, als würden da zwei gegen eine kämpfen. Oder nur eine. Nein. 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 Boah, ist das fies. Warte, ich muss mich kurz aufladen. Ja, das ist fies. Nein, da. Spare dir deinen Ravage-Mod lieber. Da, guck mal. Ich muss weg. Oh, ja. Geil. Das ist echt geil, ja? Wenn du... Nein. Ja, drei. Das ist so pervers. Mir ist ein Gegner, das ist richtig pervers. Ich hole mir mein Zeh. Da ist gar keiner. Oh, da ist doch einer. Ja, toll. Der hat jetzt Ravage-Mode. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt irgendwas sinnvolle ist. So, runter da. Er hat auch Ravage-Mode. Ich schau mal, ob ich Zone A krieg. So. Oh, der ist halt pervers. Habe ich überhaupt schon jemanden getötet? Ja, fünf sogar. Habe ich das geschafft. Wann habe ich das geschafft? Vor allem. Wum. Okay. Ich sollte mal da drüben helfen. Nee, das kannst du vergessen. Stoßen, runter. Hallo? Was? Was ist das? Ja, ich seh sie schon, keine Ahnung. Idiot, warum läufst du weg? Ja, ich bin so... Ich bin so low. Und jetzt stirbst du! Arsch! Gott sei Dank. Warum sind wir im Arsch? Fehlen uns die Punkte oder was? Anscheinend, ne? Alter! Wie scheiss ist das? Tja, wie sieht's aus, Jungs? Nein, 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 nein! Wie scheiss ist das? Wie scheiss ist das? Wie scheiss ist das? Ja, ich komm nicht weg von dem. Ah, es war... Ja, es war eine Zollerunde. Ich find's cool, wenn man gefinisht wird, dass man nicht mehr wiederbelebt werden kann. Das war geil. Außer wenn halt wieder, wenn man halt es schafft irgendwie die Zonen anleiten zu nehmen. Mach schon! Schlägt Schlag drauf zu ihm! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ach, warum wird er geheilt? Ah, toll! Nur noch er! Sie! Entschuldigung! Sie! Der Kreuzritter! Die Kreuzerin! Die Kreuzriterin natürlich! Ja, du hast King! Vergiss es! Ja, gegen vier Leute hast du keine Chance. Also gegen drei Leute hast du keine Chance. Ich sollte öfter... ähm... ich sollte öfter versuchen... meine Fähigkeit einzusetzen. Vor allem, wenn der Gegner low ist und ich hab die Armbrust einfach drauf schießen, wenn er versucht wegzuläufen. So, was haben wir? Gabe Tarnung ist auch geil und getrocknetes Blut aus Farbe. Oh geil! Da muss ich mal kurz reingucken, weil das... das geht so gar nicht. Champion Status von Verbündeten. Oh geil! Nop, ich bin raus. Ich muss unbedingt hier den Helden anpassen. Das... Ja, mit der Brust, ne? Die hätte Heilung durch Exekution oder Block Schaden verringert. Ich... Kommt bei ist nicht so oft vor, es ist... Jeder Dolch, was hat der jetzt nochmal? Ja, ist eh ausgerüstet, ne? Ja, so, okay. Äh, Schwertschaft, Schwertging, okay. Äh... Helm. Achso, wir haben keinen Helm ausgerüstet, ne? Nehm ich den, ne? Warum nicht? So, Erscheinung. Wir haben eine neue Farbe. Und auch Symbole, aber... Das würde scheiße ausschauen. Ich nehme vielleicht wieder den Vogel drauf. Warte, 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 warte. Das muss, das muss schon sein. Ich würde gerne... Doch die Shootern anpassen, dass sie zumindest die Farbe haben. Äh, da, 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 da... Wo waren das? Farben. So, äh, da genau hast du. Ach, schön. Als Angreifer, als Verteidiger, irgendwas... Als Verteidiger gibt's das auch, oder? Na gut, da gibt's Königlich. Na, nämlich Königlich. Passt zu mir. So, Fähigkeiten. Hier gab's, äh... Gesten... Naja, da will ich nicht hin. Ich will zu den Fähigkeiten hier. Da gab's jetzt hier oben das... Ah, versteck dich vor Hardradar und Zielhilfen. Hallo, wir sind Assassine. Hallo. Awesome. Ich... Ich frag das Spiel jetzt schon. So berühmter Held ist für den Arsch. Du kannst bis zur 3 Auftrittsfähigkeit nicht ausgerüstet werden. Wir haben jetzt die Woche. Okay, halten. Danke. Abgeschlossen. Was ist hier? Ja, ich kann das zum Beispiel... Ich... Ah, ich kann's abwählen. Okay. Gewähne 5... Ja, ich probier einfach da... Ja, gut, das geht eigentlich. Ja, Freund... Na, wobei... Freund ist wahrscheinlich Schlachtfreund, Freund. So, würde ich das verstehen? Okay, äh... Okay, äh... Untertitelung des ZDF, 2020